Musik 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 Nachhaltig da Tankstelle Rechts von der Tankstelle Aus dem Berg vielleicht Oder wird richtig das Go Chris, komm schon? Ja Musik Jo, die ist an der Tankstelle, Jörg schmeißt keine Nades rüber Ja, keine Ahnung, weil die das wissen Ja, Chris, die ist an der Tankstelle Ah, die müssen da die PMCs wegballern, Jörg Dass die nicht die Scuffs wegnehmen Hinter dem Tank Hinter dem Tank ist push rüber auf die Wiese Hinter dem Tank Gegenüber ist ein Spieler Da müssen wir drauf Schneide hin Vor mir Ich bin hinter dem Berg Ich bin hinter dem Berg Ja, ich bin auch bei dir hier hinten Ja, Granate Jörg, pass auf, Granate Hier irgendwo dahinter im Tank Hinten da müssen Ich bin jetzt Eingang gleich Tankstelle Ja, mach du die Scuffs weg Das war glaub'n Das war glaub'n Spieler Hoffe ich Die Scuffs sind hier Mach du die Scuffs weg, Chris Das war glaub'n Rich Schaller Oder hat Rich Schaller ne Brüder? Das sind grad reingelaufen, oder? Ja, ja, ja Hier hinter der Tankstelle ist noch Bewegung Das war der Rich Schaller Ja, da rent' einer Der ist jetzt an der blauen Mauer Bei Richtung Tank Ja Klatt nach Das ist Das ist ein Spieler, Jörg Pass auf Kommt, wie weit pushen die Scuffs? Weiß es schon bis dahin Ne, war ein Spieler Dauert tot Oh shit Gut Okay, jetzt ist hier nichts mehr hin Also Richard ist ja auch tot Sind noch irgendwo die Steerader? Ich glaub' die sind alle down Steppst du vor der Tankstelle? Ich bin in der Tankstelle Ich glaub' links von der Tankstelle Ja, zwei habe ich verwischt Hier dreht sich was Hier dreht sich was Hier dreht sich was Ja, neben und hinter der Tankstelle vielleicht Ich bin hinter dem Tank Aber du dürftest mich nicht sehen Aber hier war noch so verdächtig Also hinter der Tankstelle könnten auch noch welche sein, oder? Oder daneben Komm' jetzt hinter der Tankstelle gleich vor Hast du gerannt gerade? Ja Okay Bist du das Zahler? Ja Nichts mehr sonst Ne, das waren schon drei Stück hier Ich komm' hier vor jetzt Ich komm' zu dir Du bist grad vorne rein, oder? Ja Ne, nicht der Der hinter dir Hinter dir Da der Der hat eine tolle Slick noch Ja Ja Willst du dich nicht nehmen, das zeig ich Ne, ich hab hier von dem, der nicht Hast du was gekriegt? Ja, das waren zwei Kills, das habe ich gekriegt Okay Peter, lass weiter, oder? Na warte, lass hier noch kurz fertig looten und dann gehen wir weiter, ja Ja Ich klipp kurz mein Magazin Dorms Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt vorbei, oder? Okay Vor uns vielleicht Steps Vor uns vielleicht Steps Oder Buggy wieder Keine Ahnung, Alter Tja, das ist so schlecht Scaf Und Spieler? Der wurde getriggert Der Scaf Und angeschossen Schüsse auf uns? Ne, was war das? Schüsse waren es draus Oder waren es Granate? Schnell durch, schnell durch Alter Geradeaus kommt einer Alter Geradeaus an dem Posten Hinter dem, äh, Strömehaufen Ja Habe ich was gesehen? Vorne an dem blauen Container Geradeaus Kommt der zu uns, oder geht der von uns? Warum? Nice Alter, ich hab auch heute ganz schön laut unterwegs, Jörg Ja, die M4 von dem Typ halt Aufpassen, dass du nicht zu zweit war Lebt noch Lebt noch Tod Nein, äh, sind noch zu zweit Ich bin links, muss schnell heilen Ja, mach auf dich Oh, der war nice, Uwe Der war nice Ja, der hat mir auch richtig reingedrückt, Alter Was hat der für Munition hier Ja Ähm Weiß nicht, hast du auf jeden Fall M4 Warte mal, erstmal nochmal was Schluss Ich hab das ganze noch dieses Ich hab das noch Scar Rechts Am Buckel links Ab in Weiß Dann kommen wir erstmal raus, Alter Wasch nochmal einer? Wie viel Kilo hast, Jörg? Ja 55 Knapp Hauptsache, Jörg war ein total auf der Stelle Holy shit, Alter Server Verbindung verloren, ernsthaft jetzt So, seid ihr noch da? Hallo? Jemand da, hallo? Äh, jemand Hauptsache, scheiß Internet abgegradet Bin ich nur noch Ärger, hab man Alter, wenn ich jetzt nicht rauskomme aus diesem scheiß Raid Mit den Taschen voll Hallo? Hört ihr mich? Herzlich Willkommen bei Vodafone Momentan sind alle Kundenberater im Gespräch Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir sie uns zu einem späteren Zeitpunkt erneut anzurufen Ihr Vodafone Glaubensfrage auch Ist der Uwe jetzt auf Start, oder? Ich muss kurz wieder verbinden Ich bin noch nicht aus dem Raid raus Was? Ja, nice Was? Das sind doch alle zusammen extracted, nicht oder was? Ja, ich hatte Time Mode genau in dem Moment Oh Mann Na, Alter Richtig Bock, Alter Richtig Bock Wenn ich da jetzt nicht rauskomme, Alter Wenn ich da jetzt tot bin Ich glaub, da rollen bei Jungen zu mir der Köpfe Was soll ich dir sagen, Uwe? Ich hatte... Ich war gestern auf Labs Erste Mal, da ich mich richtig dick fertig gemacht habe Ich gehe Labs rein Ich bin auf einmal tot Granats unter mir explodiert Man hat keinen Sound gehört Ich war so sauer Jawohl Laps Habe ich jetzt mit Marvin auch Sie wurden mindestens zweimal Offensichtlich von dem Cheater weggeholt Ich hab von dem Uwe auch Erfahrung gesammelt Aber ich glaub der Typ war Team Weil... Einfach erzählen guter Spieler Ja, auf jeden Fall Aber was man jetzt dazu sagen muss, Uwe, ne Wo ich diese Runde Labs gespielt hab, ne Ich stand an einer Tür, die war offen Ich will durch die Tür laufen, ich komm die ganze Zeit nicht da durch Ich denk die ganze Zeit, Alter, was ist das? Da gibt's... Das ist manchmal verbuggt Das ist ne Tür Setzt sie auf, meine ich, aber Möglichkeit zu Jo, und ich konnte durch die Tür durchgucken Aber die war anscheinend geschlossen Äh... Auch schon da Das war an einer Stelle Ich konnte da... Ich kenn mich auf Labs nicht gut aus Aber das war ne krasse Tür Ohne Scheiß Untertitelung des ZDF, 2020